Das fällt genauso unterschiedlich wie DICE zu benutzen. Ist doch kein Cheat. Okay, jetzt weiß ich es ja... Ah, das ist mein Super-Terminator-Modus, den ich in der Lederrüstung habe. Ich hab so ein Visier. Du lachst schon wieder. Du lachst schon wieder. Das ist unglaublich. Oh, hier bret schon wieder alles. So. Wundert das irgendjemanden? Kannst du mich mal anschieben? Dankeschön. Neo! Papey! Was? Wo geht's hier denn lang? Wir dürfen noch alles abbauen, oder? So was sagen, wir haben uns kaputt, dann weißt du los. Ist alles voller Glas hier. Das kennen wir ja noch von It's Better Together. Hab ich auch mal gerne Glas und Fackeln kaputt gemacht. Ja. Weil du rechts mit links vertauscht hast. Hier ist eine Schiene. Das ist wahrscheinlich die von da vorne. Ich glaub, das interessiert uns gar nicht weiter. Wir können mal hier langlaufen. Die geht glaub da nach... Dead Island. Warte mal, hier ist... Ich hab ein Dungeon gefunden. Ja. Dungeon 11. The Rotten Caves. Nummer 11? Nummer 11, ja. Bisschen greifen wir bei Nummer 1. Ah. So. Wir wollten uns jetzt... Bäume pflanzen. Bäume pflanzen? Achso, ja. Da... Hast du Bohnenmiel oder so? Hast du vom Skelett oder so? Ein bisschen Gnorren übrig? Ähm... Bohnenmiel hab ich jetzt nicht, nee. Okay. Ich hab aber ein Sapling. Ähm... Baumil haben... Auch die anderen... Um auch die anderen Saplings. Sie haben kein Baumil mehr. Hatten wir jemals welches? Ähm... Ja. Ehrlich? Ich glaube schon. Woher das denn? Da wo... Ah ne, es war ein Tutorial. So... Birke... Birke... Da auch noch ne Birke. Wächt? Wächt mal! Boah! Bin fast tot! Ich hab noch eineinhalb Herzen. Ja, was stehst du denn da auch? Du siehst aus, dass ich hier hake. Na toll, jetzt hab ich... kein Fleisch mehr. Ähm... Wir haben kein zu essen mehr. Ah. Ich muss jetzt in den Dungeon rein. So. Ob das so schlau ist? Ohne was zu essen in den Dungeon rein? Ähm... Jetzt Beifle das, sagen wir mal. Sind da draußen auch Schweine eigentlich, oder? Hast du irgendwo hier Gras gesehen? Ich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Was machst du denn da? Warum hast du unser Zug kaputt? Weiß ich auch nicht. Ja, mach sie wieder richtig. Hey! Dann können wir da so durchlaufen. Ja schon, aber dann können die anderen auch alles so da durchlaufen, wenn wir irgendwas hinter uns herziehen. Gibt's... Ja, die können sich aber auch da drauf sich stellen, ne? Das weißt du schon. Ich fand die Tür besser. Ich find das scheiße jetzt. Mach das wieder ordentlich. Ähm... Ach man... Ähm... Was sind diese komischen Platten hier? Ja... Außerdem können wir doch vorher doch auch so einfach durchlaufen, siehst du doch. Ja, okay. Dann geh wir jetzt mal nach oben, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ob das so schlau ist? Wir brauchen noch ne Kiste, die wir vorm Dungeon platzieren könnten. Können. Ich hab ne Kiste dabei. Achso, okay. Wenn du noch nicht allzu viele Sachen hast, dann kann man die da rein tun. Ich hab alles voll fast. Warum? Ähm... Warum nimmst du alles mit? Mal so gefragt. Was ist Spaß denn? Ich hab ne gute Idee. Okay, passt schon. Schieb dich an. Lauf! Lauf! Das hört sich grad richtig scheiß an. Was? Du hast grad gepfeift. Gepfeift, ja. Es regnet. Und ich glaube, es ist Nacht. Es ist Nacht. Ich bin dafür, wir legen uns erstmal hier irgendwo hin. Ich hab kein Bett mit. Hä, warum nicht? Sag mal... An was hast du... Du hast dein ganzes scheiß Inventar voll, aber hast kein Bett dabei? Ja, ich bin auch mal irgendwie in Lava gefallen oder so. Ja, dann nimm jetzt den scheiß... Ey, gib mir ein Bett wieder. Ah, ich hab ein Bett. Doch. Ja, gib her. Ist es deins, oder? Achso. Das hab ich eben grad abgebaut, du hast es aufgesammelt. Gib wieder her. Ach... Es steht doch, glaub, da oben auf dem... Oh, dir ein Bett. Auf dem Turm. Da würde ich jetzt aber nicht hingehen, es ist Nacht, deswegen... Sollst du dir dein Bett holen. Hallo? Los, komm. Bitte holen. Hopp, hopp. Kannst du es nicht holen? Nein. Ich stelle sogar einen Minecart hin. Okay, tscher. Du könntest auch eigentlich mit nach unten fahren. Jetzt hab ich ja keins mehr. Warte doch. Ist doch... Hä, wieso hast du denn so viele Minecarts dabei? Wenn mal... Wenn ich mal eins... auf Versehen runterschicke... Muss ja runterlaufen. Ist... Ist doch kacke. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Bei dir wird's auch gleich Nacht. Wow, oh, hier sind Skeletten. Hä, wo... Was machst du denn, man? Du sollst doch da stehen bleiben, verdammt. Hallo? Na komm, wir... Kriegt keine Bohnenmehl. Oder? Hallo? Oh. Ich mein, du hast dein gesamtes scheiß Inventar vollgepackt. Ja, ich hab... Rennst dann da draußen rum, blöder, oder wat? Ich hab zwei Knochen jetzt. Das heißt, sechs Bohnenmehl. Oh. Ja, der kommt wieder runter. Ich fahr einfach mit Minecraft. Ähm. So. Minecraft in Action. Da kommt er auch schon runter. Ich brauch ganz schnell eine externe Festplatte, ey. Boah. Das war knapp. Hier ist ein Bett. Ähm. Wo? Warte. Ähm. Okay. Nacht. Zst. Zst. Ba-ba. Okay. Bäume pflanzen. Dann ab in die Höhle. So 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 Waren das alle Sabelings, die wir haben? Ähm, ja Schade Ja, okay, dann komm Daraus kriegen wir ja wieder neue Aua Oh, ein Biste Ach nee, warte, ich hab noch ein Sabeling Hier ist ja zu wenig Platz jetzt Ja, dann Knall hier zwischen nochmal ein Ein Erde, hast du? Nee, ich hab Erde Boom So Unser kleiner, persönlicher Welt Okay Ist doch schick Warte Einfach nur, weil es besser aussieht, dann Ah, jetzt hab ich keine Spitzacke mehr Kommst du mal her? Brauchst du mir mal eine Spitzacke? Ähm, ja Hm Okay Pluppla plupp Hier Ja Ja, wie viele Spitzacke hast du denn mit dem Inventar? Keine jetzt mehr Würde ich vorschlagen, du brauchst jetzt noch welche Richtig Richtig Es muss mein Inventar entleeren Das brauch ich nicht, 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 das nicht, ähm Äh, das nicht, das nicht Das nicht, das nicht Eine seltene intelligente Idee von einem selten intelligenten Spieler Das nicht 32 Kohle reicht völlig Spinnenweben brauche ich auch nicht Okay Ähm Nehmen wir noch eine zweite Kiste mit Genau, eine zweite Kiste Die können wir dann vor dem Dungeon hinpacken Und dann da nochmal Okay, Kiste habt ihr auch mitgenommen Du kannst uns auch vor dem Dungeon sein Inventar ausleeren, ne? Ja Ich fahre schon mal nach oben Ja Ähm Und so Ich komme auch Ich komme Ob wir das wollen Ähm Weiß man nicht Warte, jetzt brauche ich erstmal kurz hier die Strecke Okay Weiter nach oben Dass wir immer da unten aussteigen, das ist ja auch ein bisschen doof Ja Find ich Ist schon wieder Nacht oder was? Nein, doch nicht Ich mache mir gerade die Strecke ab, damit ich Wieder hochführen kann So Was ist das denn? Bisschen größer hier machen Und ob das so intelligent ist, da kommen die ganzen Monster doch auch durch Boah Ja, warte ab Es wird ja auch noch Guck Ja, dann geh mal kurz ein Ja, ich will hier kurz Kommen sie nicht mehr rein Ups Warum brennt hier schon wieder alles? Warum wohl? Lass mal kurz raten Ich muss die ganzen Druckplatten hier wegmachen Ich habe irgendwie Angst, hier in die Lava zu fallen Ähm Brauchst du mal ein paar Power Drills, ne? Ja, ich weiß Habe ich da vorne schon einen hingemacht So 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 Boah Jetzt hast du in die Lava reingefallen Das machst du auch Ey, man Du bist so ein unbegabter Spieler Das ist unglaublich Äh, nein Ich bin cool Und zwei Fehlern habe ich gefunden Pum 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 Bo Oh Ja, es reicht bis hier vorne hin So Genau bis zu diesem Teil So Wahnsinn, oder? Ja Ich finde das auch total gigantisch Ähm Ich habe da noch ein paar Dinger So und hier packen wir jetzt am besten Hier, hier Ich würde sagen, hier bauen wir jetzt erstmal so ein kleines Häuschen, oder? So, warte Bauen wir uns jetzt ein kleines Häuschen Ich baue jetzt ein kleines Häuschen hier hin Hier ist jetzt eine Kiste Können wir jetzt nur Sachen reintun Hä, was machst du denn da für einen Umstand, ey? Ich habe doch eine Kiste dabei Ist doch egal, das sieht aber cooler aus Ja, aber das braucht doch niemand Das nimmt nur Platz weg Die kann man immer nur so verschieben, weißt du? Voll cool Das ist nur ein Platz weg Ach, ist doch egal Hast du eine Tür dabei jetzt unfällig? Ne Leider nicht Kannst du eine Tür craften? Leider nicht Schade Hier ist meine Kiste Links Pack ich mal alles rein Können auch eine Doppelkiste daraus machen, ne? Ja Oh, warte, ne Ich baue jetzt